Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit so vielen Leuten wie ich glaube ich noch nie auf meinem Kanal hatte. Hi ich bin Jenny. Ich bin Selina. Ich bin Kano. Ich mache YouTube. Hallo ich bin Mika. Ich bin Sunny. Und wenn ihr wollt. Aber ihr müsst nicht sein, dann kann der auch. Aber irgendwie ist es gut. Entschuldigung da kam auf einmal ein Gesicht erzielt voller Stoffen. Wir sind gerade auf dem Klass-Klassen-Krassklassenfahrt Dreh. Die 5. Stapel und wir spielen jetzt Pantomime in 2L Teams. Also viel Spaß dabei und los geht's. Und wir machen das schnell Keanu, weißt du, wie Keanu scher-disch dein Papier macht? Das ist eine ganz normale Scher-disch-Stein-Papier. Nein! Okay, eins, zwei, drei und dann machst du, ja? Eins, zwei, drei. Ja, geil. Ich schneide. Also wir drei. Scheren und du? Nee. Wer hat Glück? Und dann Hand hoch oder Hand runter? Das könnt ihr jetzt machen, weil ihr seid nur vier. Macht ja Sinn. Wer hat Glück? Was heißt was? Ja, was? Nein! Ihr seid schon mal gegeneinander oder zusammen? Ja, wir gegeneinander. Gegeneinander. Ihr seid die Team Leader. Hä, nein! Wir sind ein Team Leader. Doch, doch, das finde ich gut. Guck mal, Team Blau und Team Pink. Ja! Ähm... Ich hab gar nicht gedacht so... Oder ihr wählt einfach, wen ihr haben wollt. So wie im Short-Sport-Unterricht. Nein, dann wird jemand das Termin, das machen wir nicht. Schere, Stein, Papier. Schere, der gute alte Stein hat mal wieder alle ge*****t. Schere, Stein, Papier. 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 Ja, und jetzt? Ich hab gewonnen. Aber sie hat ja dich eigentlich auch überdenkt. Das ist so... Ja. Ist aber egal. Geht einfach auf die Kamera. Ach so. Oh Gott. Ich muss mein Kamera mir wieder rausnehmen. Okay, also. Eine Minute läuft auf... Jetzt. Stange. Trinken. Oh Gott. Ja, Trinkflasche. Trinken. Mass, Krug. Sprudel. Sprudelflasche. Sprudeltrinken. Sprudeltrinken. Mineralwasser. Sprudel... 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 Sprudelwasser. Kann man das bitte sagen? Sprudelwasser. Jaaa! Einig! Einig! Drei, zwei, eins. Und egal, kann man das machen, weil dann... Hammer! Gewinner! Sieger! Wetten! Ähm... Ähm... 완성! Siegergewinner, du hast was gewonnen. Du hast einen Preis bekommen! Du hast einen Medaille. Preisverleihung. Preisverleihung. Siegerträppchen! Goldmedaille! Ist das vacation? Ja! Einiges! G�� etwas machen, ich habe keinen 음악. Das. Okay. Es ist so schwer. 3 Sekunden. Du schläfst jemanden zum Ritter. Ich weiß nur, da kann man nichts machen. Ritter schläfst du? Hä? Hä? Das ist eigentlich echt leicht. Rechtes Wort hast du gesagt? Ja, warte, warte. Chan, mach du mal. Mach du mal. Mach du mal. So war schon gut. Okay, Tennis. Sieger. Ach, Tennis. Ja, toll. Hä? Von wegen, wir verarschen das. Ich schuldig, was du gesagt hast. Rupfen. Los. Ähm, 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 ähm. Wie nennt man das? Du hast gewonnenen losgeworden. Lotto. Lotto. Beim Rummeln. Du. Euphorisch sein. Ähm. Sammler. Trophäe. Verschreckt sein. Was? Okay, ich komm nicht raus. Aufgewinnen. Oh, okay. Aufgewinnen. Oh, okay. Aufgewinnen. Äh. Äh. Priester. Demonstrieren. Demonstrieren. Demonstration. Politik. Äh, Fridays for Future. Äh. Nationalsozialisten. Äh. Hunger. 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 Ja. Jawohl. Jawohl. Ja. 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 Ich hab irgendwie mich versenkt. schon. Okay. Und. Brille. Brille. Vielmann. Ähm. Sauber. Brille sauber machen. Brillensäuberer. Wie heißt er? Ah. Sehr geil. Lalalalalalalala. Lala kann ich mal nicht mit. Hä? Wann geht's los? Boden. Äh. Ausdruck im Glatteis. Was? Jawohl. Ja. Ja. Wie lange hat's gedauert? Wie lange hat's gedauert? Wie lange hat's gedauert? Ein paar Sekunden. Okay. Okay. Zunge. Kuss. Zungkuss. Oh Mann, das ist so schön. Hab ich's doch gesagt. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Ja. Ihr habt verloren, Annika. Er ist euch klar. Wir haben immer noch verloren. Tatsache. Scheiße. Also ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei allen Kanälen vorbei. Unten ist alles beschrieben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freu mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hi, ich bin Jenny. Und mein Account ist witzig. Oder? Ja. Ich bin schon witzig. Okay. Ich bin schon witzig. Ich muss jetzt reden. Ciao. Ich bin schon witzig.